Liebe Waltraud, du hast bei uns eine Ionenkette gekauft. Das war so spannend, was du vorher erlebt hast mit der Ionenkette. Würdest du unseren Zuschauern, die interessiert sind, sich vielleicht mal eine Ionenkette anzuschaffen, warum du es jetzt gekauft hast? Ja, ich kenne Lila Hornig und ich weiss, dass sie guten Schmuck macht und dass er wirkt. Ich weiss, was sie drin hat. Ich habe heute Morgen das Armband und die Halskette gesehen und habe sie anprobiert. Nach 12 Minuten hatte ich keine Schmerzen mehr. Ich hatte einen Autounfall vor 13 Tagen. Ja, genau. Und ich habe hier oben ein Rippe gebraucht. Und das sind völlische Schmerzen, wirklich extreme Schmerzen. Und nach 12 Minuten tragen von diesen zwei Sachen, dritten, hatte ich links keine Schmerzen mehr. Das ist super. Und heute Morgen konnte ich nicht so machen, wenn man alles weht. Und jetzt kann ich so machen. Es tut nichts mehr weh. Das ist so schön. Wir werden es fast nicht glauben. Es ist wie die Sauerei. Es ist schwierig, ja? Es ist einfach ein riesengeschankter Schmuckli da. Dein Schmuckli ist ein Geschenk Gottes. Danke vielmals, dass du uns so offen bist und von deiner gesundheitlichen Beschwerden bist. Du bist ja lokal gewesen. Ja. Und ja, merci für das Interview. Es ist ganz schön. Ich kann es jedem empfehlen. Wirklich. Jeder, der Schmerzen hat, kann ich es empfehlen. Es ist so umwerfend. Man glaubt es fast nicht. Danke vielmals. Bitte. Noche, tack lach.